ARD Text im Auftrag von Funk Irgendwas dicken Ja 10$ hat es schon drin Na man, easy, easy snipe Easy snipe, man Und dann lose, instant Ey, wie viel ich schon so gerackt hab mit 90% Gewinnchance Ah, das ist kriminell Da war dem letzten einer, der hatte das Profilbild vom Al Bundy Der hat immer gleich so, ich glaub 10 Knives oder so reingeschmissen Der hat immer total krank gesnipen Hat auch, glaub ich, fast immer gewonnen Ah, der war halt auch immer mit 90% drin, keine Ahnung Oh, das war eigentlich ein schöner Pot, man Auf Ripskins war er auch so ein Team Auf Ripskins war er auch so ein Team Auf Ripskins war er überhaupt der krass Er war halt immer mit so einem Jimmy Blue Bild drin, ne 10 Knives, keine Penner Knives, ehrlich, jetzt alle 300 Der hat irgendwie immer 2, 5, 3 Tausend reingelegt, der hat immer gewonnen Er hat sich immer so 2, 3 Hundert ab und so gesnipet Ja man Aber verliert er einmal Ja, einmal, das Beste war, ganz ehrlich, das Beste, was wir gemacht haben, war mit der Neid einfach noch Ja, das war, oooh Und gesendet Oh, was, oh, was geht denn hier ab? Was ist denn da alles reingeflogen? Ich schwör, mach mal Ey, ich will da jetzt rein, verdammte Hacke Lass mich da rein Oh, Junge, der hat da aber nur ein paar Knives und ein paar Loans reingeschmissen, den Halber Komm, bitte lass mich in den Scheiß-Pot rein, Mann Ey, wenn ich jetzt in den nächsten komm, rass dich aus Ja, Mann, ich komm rein, ich komm rein Komm rein, lass mich rein Bein, wie ist er? Junge, ich drück dir nicht auf Okay, 13,5, Alter, mit so einem Knife Danke Aber das muss ja jetzt sein Bitte Sollen wir einfach wieder Aber mit 82 kann er verliert er auf der Seite nicht Boah, komm Ja, Mann, ich sag dir, er verliert nicht Er verliert nicht Er verliert nicht Er verliert, Uwe Er verliert Uwe 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 Vielen Dank.